das funktioniert nicht so ich brauche platz dazwischen weil dieses stromteilchen na gut was soll es dann baue ich erst mal dann produzieren die erst mal nicht so gut und dann baue ich das da rein bis wir dann diese unterführungen bauen können danach ist dann eh du stellst ja du stellst nicht ja ich hab dich vor uns abgebrochen ok los geht's los geht's freunde strom schnell auch strom macht der erst strom ok da du hast doch jetzt schon alles klar fix 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 ok als nächstes haben wir turrets gebaut ja das ist das baum wird das damit wir dann auch noch um mauern bauen können researche schnell so schnell ich brauche mehr ironblades gibt mir alle ironblades ihr habt alle brauche ich dafür noch irgendwas krasses ich brauche auch kupferplatten und wir bauen gleich mal noch nächste bau dingsbums maschine wir brauchen wir brauchen viel mehr viel mehr sowas hat schon erforscht das ging schnell das ging schnell weil es braucht das nächstes armbor knack nach der richtige knarer brauchen wir ich habe eins davon zu viel gebaut ich wollte immer nur vier laufen lassen brauchen wir bald eine mülkiste ich glaube hier wie war das eigentlich gleich noch mal ich brauche für mauer ich meine ich kann es so bauen nein kann ich nicht aber ein paar mehr da brauchen wir davon auch noch ein paar vergisst das das ging schnell das ging alles gerade sehr schnell munition 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 da hälfte da rein da noch eine hälfte und da noch eine hälfte das geht ja wie es pretzel backen die ist pretzel backen so ok 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 so was machen wir wir bauen jetzt da das sind halt du machst es ja du machst es ja dann machst du das ja dann machst du das ja für mich ja jetzt hab da natürlich noch kein strom das ist das bei ok dann stellen wir ziegel her dann haben wir noch ein paar solche teile kann man nicht genug haben brauchen auf jeden fall die erst mal nicht mehr brauche ich das braucht man nicht das brauche ich auch erst mal nicht hier drin so mein freund deine aufgabe ist es jetzt kloreich munition herzustellen so denn das ist was was wir jetzt öfter brauchen werden und was wir dazu noch brauchen ist wir brauchen dann noch viel viel mehr eisen alles ganz schön im arsch aber es funktioniert soweit noch wir brauchen mehr eisenplatten eisenplatten ich musste da sozusagen jetzt von hier vorne weg glauben weg 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 und weg 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 grünes zeug erst mal alles forschen was nur rote flächen braucht so okay ich brauche noch mehr davon ich habe schon wieder mehr eisenplatten 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 wir brauchen wer eisenplatten wo ist ein neues platten davon aber da müsste das jetzt natürlich richtig schnell gehen ok sieht gut aus jetzt noch ein bisschen strom da rein okay ach so war ja ihr wort ja gerade steht ja genau ein bisschen platz hier machen auch an unsere eisen rankommen wir brauchen da mehr sowas ok 1 2 3 die bauern immer noch hier her hoffen dass unsere geschützter standhalten und dann geht's auf nicht los und dann können wir da drüben noch einen stützpunkt bauen und da und da und da ok wir brauchen ach ja erstmal alles erforschen was tier 1 braucht ja oder er so kommt baut schneller weg damit geht das soll das mal genug eisen werden glaube ich ich hoffe wir haben noch mehr was können sie noch ein bisschen strom mit rein das ist ja fein so jetzt haben wir auf jeden fall müssen wir genug eisen rausbekommen hoffe ich zumindest hoffe ich zumindest so du mein freund hilfst uns mauern zu bauen zack das kann man am besten gleich wieder so da müssen wir nicht irgendwie großartig hin und her strom 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 der freund baut uns jetzt mauern und mit mauern können wir dann auf jeden fall unsere anlage ein bisschen besser sichern so auf jeden fall hier nach dem nest hin bauen da oben und ja habe ich eigentlich schon gesehen wo das nächste größere steine vorkommen ist da oben ist das nächste große stein vorkommen oder da können wir auch hingehen das sollte funktionieren das sollte funktionieren haben wir schon genug nehmen tja es kommt auf jeden fall wieder genug davon an für munition haben wir denn schon ja das könnte aber schneller gehen na gut aber es war ja bis jetzt nicht viel da kupfer funktioniert momentan noch so können wir uns jetzt eigentlich die bessere eisenplatte eisenplatte ich brauche schnell eine eisenplatte damit wir uns mal hier ein gewerb bauen können was auch ein bisschen was nützen da ist nämlich schon in sense mit kupfer da drüben da kann ich jetzt alles wieder neu bauen so ein heck weg und dann schaue ich mal ob ich da drüben noch ein bisschen ich glaube noch ein paar kupfer das ist ja nun mittlerweile auch alle das wäre jetzt jetzt wieder reisenplatten ok ich nehme da jetzt gleich ein bisschen stein mal mit dann nehme ich gleich noch ein bisschen ist ja nicht sehr viel na gut der brennofen ist halt auch nicht der schnellste sollte aber von der geschwindigkeit her vollkommen ausreichen ja mit euren platten gut mit 20 mit 20 sollten wir auf jeden fall herum kommen so ich nehme vielleicht noch ein bisschen von ja ja ich weiß schon ich renne hier gerade ein bisschen hin und her ja obwohl für den anfang wäre es vielleicht gar nicht dumm das sozusagen wie in der autobahn für uns zu bauen ja wir brauchen mehr 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 so was wir haben immer 7 da können wir immerhin 5 damit durchschleusen schleusen sehr streng ah ok so alles klar ok dann baue ich jetzt hier mal unsere autobahn richtung da mal sehen wir sie jetzt alles kaputtgehalten haben da drüben diese schweine alles kaputt hier wo kam die denn auf einmal her und das ist ja völlig verkehrt das muss in die richtung alles kaputt alles kaputt kann aber nicht wahr sein ok da brauche ich jetzt hier gleich mal ein paar hin mache ich das am besten ich denke so so sollte das funktionieren ok ich habe jetzt natürlich nicht ganz so viel ich glaube wenn wir zwei türme erstmal bewaffnen ist das ok für den anfang und wie schon gedacht es reicht nicht ist aber nicht so schlimm und wir können keinen na gut ist jetzt gar nicht vorwärts geht baustelle weil immer dieses dieses teil hin und hol mal hol mal ein paar eisenplatten die müssen ja mittlerweile doch ein bisschen mehr geworden sein ich hoffe dann diese verteidigung dort hält einigermaßen stand shotgun shell shooting speed können wir nicht rotflinde bauen ja das sollte ich vielleicht auch noch mit einer wägung ziehen ok wir können uns auch nicht ewig ausruhen auf unseren lorbeeren hier ok es läuft langsam und wir bekommen einiges zu viel an roten fläschchen ist aber nicht so schlimm weil na gut was so ist so hier läuft aber jeder ofen fast fast sagte ich die letzten zwei nicht ok wir brauchen ja eh alle ah halt obwohl die brauchen wir eigentlich nicht ok wir brauchen auf jeden fall electronics und wir brauchen das und wir brauchen das in diesem jenes wir haben voll zu tun ich war mal als erstes war noch hier sein aber es geht nicht mit dem holz den baum weg weg baum super schön super schön nein nicht mitten in der forschung haben wir noch irgendwas was ja licht licht ist eine gute sache so ok damit sollte genug metall ankommen dass da oben auch alles fein hält das sollten wir vielleicht auch mal automatisieren auch wenn vielleicht nicht mehr viel da ist damit das ein bisschen fixer geht so ich stelle jetzt mal kurz meine was sie sich versteckte müllkiste wo baue ich die hin am besten hier so so alles was wir nicht mehr brauchen kommt jetzt hier rein und das brauche ich gerade nicht um hey gott das geht aber schnell shotgun shootings ich habe keine ahnung irgendwas was mehr schaden macht so so das hätte ich vielleicht auch noch mit weg tun sollen und das weil das brauchen wir jetzt nicht obwohl die können ja hier eigentlich nur hier durch sprechen da macht es eigentlich keinen sinn wenn wir jetzt hier ewig viel ja brauchen wir die hier gar nicht bauen ich lasse sie trotzdem erstmal stehen damit wir welche haben wo wir schnell dann im notfall hinrennen können aber eigentlich muss ich dann nur den see dazu machen dann haben wir da schon ruhe theoretisch auch natürlich noch ein paar mehr eisenplatten drei sollten sollten reichen denke ich das ist die frage am besten hier da kann ich die schön breit gefächert aufstellen aber der weg wo diese fischer durch können ist minimal klein ein bisschen wegholzen ja natürlich aber müsste doch sich schon gegessen haben oder weil unsere verteidigung ja unsere verteidigung hat gestanden super schön wir haben jetzt nicht so da könnt ihr mich mal eher blöden teile haben wir noch munition einstecken nein natürlich nicht da holen wir uns aber gleich wieder welche ab ich sehe schon wir müssen dann definitiv müssen dann definitiv noch eins bauen was uns mit munition versorgt so wie ich das ja gerade sehe das dauert mir nämlich zu lang halt können wir jetzt schon die schnellen bauen wir könnten die schnellen bauen dann immer her mit dem eisenplatten her damit her damit da kann man das nämlich gleich mal ersetzen und optimieren ja gut spaut das mal hier so munition und geht los und wie schnell das geht super schön da können wir eigentlich auch noch sowas bauen ja ok ist erstmal nicht so wichtig was wir brauchen ist mehr mauern und mehr munition braucht da wegen ganz schön langen ehr munition fertiggestellt habt wir haben jetzt vier abbauteile vier reichen für 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 da können wir noch einbauen 8 vier abbau erreichen für 8 genau und dann haben wir da auf ewig erstmal ruhe hoffe ich doch dass wir uns ja nicht wieder gleich alles kaputt hauen diese bösen bösen viecher elende bugs sind ganz schön nah gekommen ok so das ist erstmal safe und du hast dein ding getan wir machen jetzt dass das schön alles abgebaut wird hier und dann noch die richtung ja müssen wir das ganze noch wieder mit unserem stromnetz verbinden so da kommt jetzt hier wieder kupfer an ja verteidigt ist es kupfer kommt an und wir können jetzt habe ich aber richtig sehr auf meinen musikanten knochen gesessen ich hätte mich mal bewegen sollen sowas aber auch das ist man sitzt hier vor anspannung so ähm stark vor dem vor dem pc das waren von lauter aufregung vergisst sich mal zu bewegen und wieder etwas blut in den arm zu lassen hei je aber ich sehe auch die folge hat sich eh gerade erledigt kupfer kommt jetzt auch an na gut das finde ich sieht ganz gut aus und wir machen dann in der nächsten folge weiter alles klar soweit dann lasst euch gut gehen euer evil bob wir sehen uns in der nächsten folge machts gut gut